Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Seasons von den APK Gaming Pros. Wieder mit mir, den Pierre. Oh yeah. Yeah. Letzte Folge war sehr, sehr geil. 4-2 gewonnen. Der erste Sieg in Seasons auf der Xbox One. Ich muss schon Xbox One sagen, ja. Ich muss schon wieder Playstation sagen. Ja. Lief gut. Lief sehr gut. Und, es kann von mir aus ganz weitergehen. Also, was trinken, Leute. Nesttee. Nesttee. Lecker. Nur man muss zu oft von dem Saft pissen. Aber das ist egal. So. Gehen wir die Partie und wir spielen sowieso schon gegen... Oh, na. Gegen Juventus Turin. Und es leckt. Ich bin gegen meinen Lieblingsgegner nicht. Und haben die Lappen langsame Spieler. Bam. 1-0. Haha. Schnelles Tor. Ein Rom läuft durch. Und da macht Mario... Man zu Kitsch. Yeah. Macht das 1-0. Der Lieblingsgegner wird durch. Perfekte Flanke. Boom. Trainer. Keine Chance. Für... Buffon die Nutte. Harte Legs gerade. Ein wenig. Ich glaube, der Gegner ist etwas von der Rolle. Wenn man so früh zurücklegt, ist das durchaus auch verständlich ist, dass man da ein wenig abgefuckt ist. Spielclip... Nee, Erfolg freigeschaltet. Arm des Gesetzes. Aller dieses Ding ist hier ganz böse im Weg. Oh, da wollte ich es genauso machen, wie es eigentlich geplant hatte. Oh, da macht Carlos Teres. Ah, ich bin hier nicht mal bei ManCity. Okay. Dann krieg ich wohl doch nicht so viel mit. Und in anderen Anliegen... Ich bin noch eher auf die... Deutsche... Okay, Leg. Leute, hallo? Okay. Ich hatte gerade ein dickes Standbild. Ah, mich gerade ein wenig irritiert. Okay, da scheitert der Freischluss. Alter, okay. Diese Legs sind nicht cool. Solche Legs sind auf keinen Fall cool, Leute. Wenn sich unten links der Ladebalken aufmacht. Ja, der Freisch ist zwar scheiße Gegner, Alter, nein. Das hasse ich. Das geht einfach zu schnell. Mit meinem Kopf. Aha. Du klopfst echt, sowas raffe ich nicht bei dir, Mann. So, das haben wir wieder an deinen schönen Ein-Robben. Oh. Müsste Ecke geben. Müsste Ecke geben. Wieder ein Standbild. Und jetzt wurde die Verbindung mit dem Gegner unterbrochen. Ich hoffe, dass... ...ich kein... ...Internet-Abbruch hatte. Sondern der Gegner. Ja. Der Gegner ist entweder raus oder hat er einen Internet-Abbruch, weil sein Nähgang aufgeht, hat zu kurbeln. Ja, mir kann es nur recht sein. Die Mocke ist geil. Gehen wir direkt ins nächste Spiel. Oh, yeah. So geht's. Ja, komm, die Lappen. Suchet mir einen Gegner. Gegen, den ich... ...zog gehen kann. Bitte. Oh, da haben wir auch schon einen gefunden. Das ist ja mal jetzt schon mal etwas gut hier. Da haben wir auch direkt Repairie und Wuppen. Ah, man hat sogar nur ein Schuss Zeit. Das war nicht der Renner vorbei. Oh, meine Kader sind wieder... ...beschädigt. Geil. Meine Kader sind nicht beschädigt, Leute. ... ... ... ... ... ... die Allianz-Rennen sieht mal hammergeil aus, Leute. Die sieht mal hammergeil aus. Die Karte sind mal nicht manipuliert und wir spielen gegen Manchester City. Leute, ja, welch ein Wunder. Ah, schade. Uh, da hätten wir beinahe den Ball noch gekriegt, aber dafür kriegen wir ihn jetzt. Toni Kroos, ich muss die Schießen, Leute, weil sonst wäre der Ball nie, nimmer, hätte den Toni Kroos behauptet, da hat er fast verloren gehabt, ey. Eben, Alter. Alter. Alter Vater. Alter. What the hell. Das war ein schöner Schuss von Toni Kroosmann. Der war nice, sondern Joe Harder, aber Paule Trickskeeper von Manchester City Ward in Nice gehalten. Obwohl, der wäre sowieso gegen die Latte gegangen, glaube ich, und mit ins Tor rein. Und Tante. Mann. Man of Bitch. Äh. Ich gehe das Ganze auch jetzt etwas offensiver als sonst. Ah, das ist ja bei den Pfosten. Mann. Ah. Da will ich zu viel. Da will ich mehr als ich haben kann. Da wollte ich gerade mehr als ich haben kann. In dem Moment. Mann. 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 Der war abgefälscht, Bitches. Der war abgefälscht, meine Freunde. Ja. Wollte ich aber auch so sagen. Wuh! Nein! Lol. Kommt, Leute! Ah! Ja. Dann hat er leicht locker gehalten, der Kiefer. Der Gegner spielt ein wenig... Der wechselt mir die Spieler nicht ordentlich genug. Ich mach der Gegner natürlich fast ein Tor. Lappen weiß, so ein Noob, ey. Der wollte den Ball lupfen, obwohl Neuer im Tor steht. Alter. Der war keiner reagiert. Ich spiele den Ball raus auf Neuer. Auf Alaba. Ja, jetzt laufe ich. Wenn Ribéry einmal läuft, dann kann ihn... Ja! Halt ihn einfach in den Händen fest, alles klar. Jetzt tritt der Ball raus schon wieder an, naja. Übertreibt es nicht. Der Junge übertreibt ein bisschen. Man solltet sich nicht wundern, wenn der jetzt einen fängt, ey. So wie... Ja, Mann! Das ist unglaublich, da taut einfach alles halt von dem... Man, ey. Unglaublich gerade das Spiel. Erstmal von der Seite den Gegner abräumen. Den hab ich. Nein! Fernandinho! Ah, Nick Kretto! Nick! Nutella Kretto, ey! Nougat Kretto im Abseits! Tut mir aber mal überhaupt nicht leid. Kannst mir mal gestrichelt die Eier legen! Nee, das ist... Wenn's jemand, der Junge ist so hochkdzieig. Und ich... Und ich... Und ich... Und... Und ich... Und ich... Und ich... Dass... Kann man nur so overpowered sein, ey. Dieser Taubant hält einfach alles. Das geht doch voll nicht mehr klar. Kannst du mir mal die... Okay. Nee. Als wir gerade gestrichelt die Eichel lecken, dass du hier eine Wall von mir eroberst, ey. Nein, Leute, ich bin gerade ein bisschen voll konzentriert, ey. Und ich bin trotzdem voll scheiße. Ich bin gerade ziemlich konzentriert, Leute. Also, ich bin gerade endlich in der Lage, irgendwas zu sagen. Hier kann man sogar speziell bei dem Wein angucken. Vielen Dank. Denen, 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 denen. Wow, ey. Baaale. Schön. sind da einfach mal voll die Lappen jeder meiner Spieler das glaubst du doch wohl selbst nicht mein Freund boah man komm kopf weil er bin ja man es läuft nicht da läuft er der gute alte Mandzukic ah nein da man reagier doch sofort ein Freund Arschlecken nein mach mal das Abseits hätte ich einfach noch in den Lappen stehen können ich wusste einfach dass der Wichser nach oben spielt deswegen deswegen man Alter das ist immer knapper hier ok es ist echt man man warum spielt er einfach so viel besser als ich oh absolut nass riehe so 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 das muss doch auch einer mal hingehen zum Ball das kann doch einfach nicht wahr sein dass da einfach keiner irgendwie Reaktion zeigt mal irgendwas macht fick dich jetzt mal du Hurensohn es reicht es mir endgültig mal wechsel deinen Lappen aus wechsel deinen Lappen aus ich brauche eh kein Schwein ja so jetzt mal Shaqiri rein hier halt keiner will das mal angehen hier aber ob er das jetzt mit 80 gemacht hat oder einfach nur weil er scheiße gepasst hat so mal auswechseln jetzt hier Mann 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 oder sitzen sogar Ersatzspieler Arschlecken das ist unglaublich der geht nämlich dominiert ja das war so klein dass der Ball ankommt nicht ankommt wieder nach unten oh doch nicht lauf doch mal Mann komm das gibt's doch einfach nicht äh wieder mit hier und auf der Ersatzbank ja das ist doch nicht was man vorhin gell komm Götze bring mal eine gute Flacke jetzt rein ey das ist unglaublich wie kann ein Keeper so viel halten ja lutsch mir meinen Penis ey ja unglaublich kann doch einfach nicht sein ey kann doch einfach nicht sein wie jeder Pass von dem ankommt und meine Spieler einfach es nicht kapieren mal zu reagieren mal zu kapieren mal intelligent zu denken und nicht dumm zu sein ey mal die Bälle ordentlicher annehmen mal ein bisschen ordentlicher die Räume eng machen ey okay jeder Ball von dem kommt an dann ist schon eine Passquote von 100 Millionen Prozent ey oder Das ist jetzt ein Scherz von dir, oder? Mann, ich habe keinen Bock mehr. Wichse da. Richtige Wichsscheiße. Ähm, noch ein paar Leute, ja, äh, jetzt mehr. Irgendwann Leute, ihr seht 8 Punkte nach 5 Spielen, ist nicht gerade das Beste, aber ja, dann würde ich mal sagen, war es das für eine Folge und bis zum nächsten Mal. Tschüss.